Saurasana ist wörtlich die Sonnenstellung. Saurasana heißt das, was zur Sonne gehört. Saurasana ist auch die Stellung des Sonnenwagens. In der indischen Mythologie wird ähnlich wie in der griechischen Mythologie gesagt, dass Surya, die Sonne oder Helios, der Sonnengott, auf einem Wagen sitzt, der von Pferden gezogen wird und so die Sonne über den Horizont hinübergeht. Saurasana ist also diesem Sonnenwagen nachempfunden. Angelina zeigt, wie es geht. Du setzt dich auf die Zehenspitzen eines Fußes und die Ferse ist unter dem Gesäß oder unter dem Perineum oder dem Damm. Du streckst das andere Bein aus und hast die Ferse auf dem Boden. Dann kannst du entweder beide Fingerspitzen auf dem Boden halten oder die Hände vom Brustkorb zusammengeben. Und du kannst dir dann vorstellen, dass du jetzt wie auf einem Sonnenwagen bist, majestätisch, strahlend und leuchtend und dass letztlich die Pferde des angenehmen Schicksals dich auf einem guten Reise durch die Welt schicken. Und du leuchtest und strahlst und schenkst Menschen viel Gutes.